Musik Musik The show is gonna start in 5 Minuten. Ja, wir haben so ein tägliches Ritual, das ist so ein Circle, alle stehen im Kreis und es gibt dann ein Motto, das ausgerufen wird von jeweils jemand anderem und heute Abend ist das Motto Inspiration. Mir gefällt es sehr gut, ich habe einfach das ganze Musical-Thema extrem vermisst. Ich liebe es, ich finde für mich ist das mit nichts zu vergleichen, die ganze Atmosphäre für alle Sinne, hören, fühlen, sehen und spüren, Gänsehaut, ja, ich liebe das. Kunst, Kultur, Unterhaltung ist Essen für die Seele und wenn wir das nicht haben, verhungern wir. Ich bin froh, dass es wieder was zu essen gibt. Einfach großartig, was Sage Entertainment hier geleistet hat, das ist wirklich eine überwältigende Premiere. Ich kenne jetzt die Story von dem Zauberer von Ost nicht so doll, aber man bekommt richtig Lust auf mehr und also einfach Wahnsinn und die Stimmen der Hauptdarsteller, ich hatte total Gänsehaut. Der Saal hat gebebt. Ich habe bei mir selber gemerkt, wie so die Emotionen hochsteigen, weil es so wunderschön ist, endlich wieder irgendwie Live-Theater und Live-Entertainment zu haben, also es war absolut genial. Emotionen, Empathie, sehr viel Gefühl. Einfach richtig cool. Natürlich auch die Energie auf der Bühne war auch ganz besonders, wir haben so eine tolle Cast und so einen tollen Zusammenhalt in der Cast, auch dadurch, dass es so eine besondere Probenzeit war und es haben alle zusammen so durchgezogen und es freut sich gerade einfach alle miteinander so doll, dass wir das irgendwie geschafft haben, alle zusammen. Das war eine sehr, sehr schöne Energie für mich. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.